Hallo, willkommen zu einer weiteren Runden der Fortnite. Heute versuchen wir jetzt mal unser Glück wieder mal alleine. Ja gut. Mal gucken, wie die Runden so werden. Wenn wir euch die besten Runden so zeigen. Und ja, wir sagen, dass wir uns einfach gleich in der Runde gehen. Eine Ewigkeit später. Ich raste aus, Alter. No joke. Das faktiert mich jetzt einfach nur noch ab. So ein Game, ey. Oh, eben noch weggesniped worden. Ja. Moin, Alter. Das Spiel macht einfach keinen Spaß mehr. Dann würde ich erst mal komplett, äh, ja, rageen. Hier oben ist auch eine Kiste. Gehen wir mal hier hin. Gut, toll. Das haben wir nicht nötig, so gut benutzen. Komm, bitte jetzt irgendwas cooles. Oh, nice. Ich kann da einfach nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Erstmal muss ich wieder zehn Jahre üben, oder was? Wahrscheinlich, wenn das Spiel aus dem Hype ist. Dann fang ich an. Das Spiel quächt. Das Spiel quächt. Ich hab... Als ob das Spiel quächt. Junge, dieses Drecks-Game, Alter. No joke jetzt. Was ist denn falsch dabei? Der Spiel quächt. Wer geht nicht, Alter? So, da sind wir jetzt wieder auf der nächsten Map. Caribbean, mein Lieblings-Map, Alter. Und hier, ey. Weißt du? Fortnite... Ich find's ja cool, ja? Aber irgendwie, nee. Nee. Ich bin jetzt komplett raus. Ich kann einfach nicht mehr looten. Ich drück eigentlich immer. Ey. Nur weil... Och, Mann, ey. Ich hab's aber wirklich so vermisst, Minecraft zu schneiden, weil's so viel Spaß macht. Muss ja auf jeden Fall mal nicht später wieder ausprobieren, weil, ja. Oh, what? Ich kann keinen MLG mehr machen. Ich hasse mich nicht... Ey, wann... Ey, dieses Game. Vielleicht wär's wirklich noch eine gute Runde geworden, aber... Nein, dann müssen wir jetzt wieder auf Minecraft umwechseln, oder was ist denn hier falsch? Auf jeden Fall hab ich übelst, Minecraft zu schneiden. Ich hab auch neue Queer-Leader. Die wirklich... Respekt, Alter. Die sind richtig gut. Äh, werde ich's wahrscheinlich hören. Das ist so in PvP-10. Finde ich das schon sehr very, very nice. Oh mein Gott. Genau das hab ich vermisst, ey. Boah, ja, genau. Okay, das hab ich jetzt nicht vermisst, aber naja. Okay, EP. Hotkeys sind auf jeden Fall noch am Start. Weißt du? Genau das hab ich nicht schon vermisst. Oh mein Gott. Das war jetzt echt easy, würd ich sagen. Ob ich back hier ist? Ja, easy geworden. Oh mein Gott. Hier, stats. Oh mein Gott. Was sagen wir jetzt einfach gleich in der nächste Runde sehen? Ja, bis gleich. So, dann sehen wir jetzt auf der nächste Mal. We, 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 we say. Und ich hab immer noch wussten. Daumen hoch. Ist ja wirklich so bei mir. Ich versuche halt wirklich die ganze Zeit Fortnite aufzunehmen. Äh, so jetzt, bitte nicht sagen, ich hab keinen Bock oder so. Ah, ich verkaggert die ganze Zeit und ich will euch ja schon eine gute Aufnahme bieten. Und ich denke, dass ich einfach jetzt mal ein bisschen privat spielen könnte und einfach besser werden will. Und ich, ja, sonst ist ja nämlich kacke. Auch von meinem ist ja einfach nur lächerlich, wie ich lächelig manchmal bin. Ich wollte vielleicht auch noch fünf Arten von Fortnite-Mates machen. Das hätte ich eigentlich Bock drauf. Weil dafür brauchen wir ja nicht so viel Skill. Weil das, ich finde, das ist... Okay. Ja. What the fuck? Hat mich da falsch angestorben? Was macht? Hallo? Was ist das für ein Kid? Surprise! What the fuck? Oh mein Gott, alter. Was war... Was ist das für ein Kid? Ich bin da auf dem neuesten Stand, ey. Was ist das aus mir geboren? Du bist so ein Mongo. Du denkst, wenn du wärst was Besseres. Und da hab ich hier schon wieder zwei Hits gegeben. Ja, klar, hab halt noch mehr gebeten. Oh mein Gott, haben wir jetzt gewonnen. Ich hasse mein Leben nicht. Nein! Er hat sich gerettet. Ich hasse mein Leben nicht. Props gehen auf jeden Fall an dich raus. Gibt's nur NGG? Alles klar. What the fuck? Wie viel Leben hatte der denn noch? Kritisch. Hä? Was war das denn jetzt schon? Das würde sagen, dass wir uns in der letzten Runde sehen und ja. Oder, dass wir uns nicht in der letzten Runde sehen, sondern hier noch eine kleine Montage. So, jetzt sehen wir hier im Kid 1. Das ist eigentlich, ich würde sagen, dass ihr jetzt eine geile Montage bekommt. Mit geiler Musik und alles. Ich hab wieder Bock, das zu schneiden. Und ja, viel Spaß. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.